Ekip blickt auf eine 20-jährige Geschichte zurück und ist heute das weltweit führende Unternehmen auf dem Markt für Wand- und Bodenfliesen im Kleinformat. Wir sind in über 80 Ländern tätig und verkaufen unsere Produkte über alle Vertriebskanäle. Exporte machen 90 Prozent unseres Umsatzes aus. Wir sind Pioniere in der Industrialisierung traditioneller Herstellungsverfahren für Fliesen im Kleinformat. Wir investieren in hochmoderne Anlagen, die mit neuster Technologie ausgestattet sind und zu den effizientesten der Branche gehören. Mit unserer heutigen Produktionskapazität können wir die Marktnachfrage decken und gleichzeitig Qualität auf höchstem Niveau liefern, sowie unsere Produktionskosten niedrig halten und schneller denn je liefern. Dank konstanter, harter Arbeit sind wir heute stolze Träger des Labels Teil of Spain und genießen auf den wichtigsten Branchenmessen weltweit das Vertrauen unserer Kunden. Unser Geschäftsmodell setzt auf Nachhaltigkeit. Wir unterstützen soziale Initiativen in den umliegenden Gemeinden und Umweltschutzprojekte, die auf die Achtung unseres Planeten abzielen. Bei Equip sind wir stolz auf unser Team, das aus mehr als 200 Fachkräften besteht, die die Vision von zwei Generationen der Familie Wieler teilen. Unsere Ceramikpläne sind nicht nur für die Flaschen, sondern für sie zu dekorieren. Wir bekommen die Inspiration von traditionellen Produkten. Produkten, die seit Jahren sind nicht nur für die Flaschen, sondern wir geben ihnen einen kontemporarischen Blick. Equip wurde bereits mehrfach für seine Geschäftsentwicklung, seine internationale Expansion und seinen Qualitätsanspruch ausgezeichnet. Wenn wir in 2013 sehen, dass wir aus der Krise wissen, dass wir aus der Krise wissen, haben wir ein Plan für die Verkaufnahme und die Verkaufnahme und die Verkaufnahme entwickelt. So, bis 2018, haben wir aus der Krise gezogen und die Verkaufnahme gekauft. In 2018 se unió a nuestra empresa el Grupo Miura, que nos ha animado y nos ha ayudado a la consolidación de este crecimiento. Bei Equipe blicken wir optimistisch in die Zukunft. Wir möchten weiter wachsen, uns weiter für Qualität und gutes Design einsetzen und mit der Unterstützung unserer Aktionäre unsere Position als Weltmarktführer im Bereich der kleinformatigen Wand- und Bodenfliesen stärken.